Also erstmal habe ich gelernt, wie man Pitch macht und als nächstes haben wir zwei, drei super Gespräche gehabt mit Strategen, die aus dem Business kommen und uns so viele Tipps gegeben haben, dass wir viele Sachen nochmal überdenken können, dürfen und müssen. Es wird einen Jubelschrei geben, so viel steht fest. Vielen Dank.